Alles Gute kommt nach oben. Alptek von Fiegel und Spielberge entwickelt Antworten auf die Fragen der Zukunft. Wie können wir umweltfreundlicher arbeiten, Kunstschnee einsparen und Kosten senken? Alptek kümmert sich einerseits um die Entwicklung neuer Technologien, andererseits rüstet Alptek Betriebe in den höchsten Höhen mit allem aus, was gebraucht wird. Egal ob Schutz- und Sicherheitssysteme, Schankanlagen, Entertainment-Systeme oder Automatiktüren. Fiegel und Spielberger bringt alles nach oben, inklusive Installation und Wartung.